Okay. EF. Nee. EF. Nee. Nee. Hobby-Shop. Nee, echt nicht. Dann halt wieder. Lug noch für eine. Mit West ist doch erst mit. Trebt nochmal dabei. Hab ich jetzt repariert? Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt. Drücke L, Shift und die verfügbaren Aktionen. Okay. Ich weiß nicht, weil die Map die so mega verbuggt war. Ich bin da vorne mal hängen geblieben. Das hat sich nicht mehr. Weil ich schon wissen, wenn du das Gaming warten musst. Und ja, ich bin jetzt zu Akkursley. Also zu rein, äh, reinrushen. Oh, wie ich sehe. Läuft das Game schon eine Zeit. Schnell gemerkt, ich weiß. Ich geh mal hier rum. Durch die Kirche. Oh, ich hab mir doch. Stör, stör. Mach mich zum Hose. Pass auf. Jetzt. Nein, oder? Nee, wirklich nicht. Ich dachte schon, weil ich jetzt einfach mal links oben bin. Hey, 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 nicht rausgehen. Oh, hey, nicht rausgehen. Ich wollte ja auch nicht machen. Obwohl. Ach, egal. Gräten wir es mal ab. Die lassen tausend. Was ich jetzt sagen wollte, war, dass ich immer wenn ich Energie habe, auffallen würde. Äh, auffüllen würde. Weil sich das immer nicht lohnt, sich zu sammeln. Du hast nachher viel zu viel und viel zu wenig MP. Bitte, bitte, bitte. Ach so. Muss reparieren. Ich dachte schon, hätte ich gefällt. Okay. Was? Doch, ja, klar. Yay. Wart es nicht, das fällt. Naja, gut. Gibt es. Und ich bin immer noch nicht. Die App ist nicht, ist nicht wirklich zu groß. Garten finde ich größer. Wohl Gartenbehandel nicht mehr größer ist. Sie machen es einfach schnell zu. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Boah, was ist das? Hey, Bullseye. Wenn ich die schiebe, wenn ich sie jetzt schon alle hole, dann habe ich nachher keine möglichen Fett weg. Äh, MP zu besorben. Oh. 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 Ich finde die Map, die ist ja, die ist ja relativ neu. Also, die sind nicht mehr wirklich neu. Sie sind aber damals neu. Das ist eine der neuesten, das ist vielleicht sogar die neueste. Die finde ich gar nicht schlecht. Äh, auch so vom Design her. Aber auch bei der Position. Come in, me, bro. Warte, hier. Na, na. Na gut. Schleid keine Frauen. Gegner, kommt schon. Na los. So viel langweilig. Ich bin hier. Okay, das ist wies, aber... Ups. Den wollte ich noch. Du hast recht, warum er das gerade geschrieben hat. Keiner merkt wirklich, wenn der Gegner in der Base ist. Der, der hinterher muss man da kommen, aber ich glaube, es ist auch hier. Geschickt, oder? Ja. Ich hoffe, ich finde, das war keine Assust. Da ist einer, wenn ich mich zum Stuhl. Ich brauche mal wieder ein Heal. Äh. Wie ist das hier so nachvollkommen egal. Wisst ihr, was ich meine? Boah, dieses Ding. Ich renne mich immer an Empire Earth. Wir werden angeschlupft. Wir werden angeschlupft. Hat das jemand gespielt? Hm. Ich jedenfalls früher. Könnte ich auch mal let's playen, aber... Ich bin so schlecht, wie Strategie gespielt. Ich bin ja nicht mehr im Shooter gut. Wie ihr seht. Puh, puh. Puh, puh. Puh, puh. 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 Ja, 22 zu 25 für die. 130 brauchen wir, das ist drin, oder? Geht das mit dem Mikro eigentlich? Oder rauscht das? Ich hab kurz reingehört, das war eigentlich okay, aber wenn ihr das anders findet... Also, ich hab noch kein neues Kaffee, aber ich würde drüber nachdenken. Oh, boah. Ich möchte jetzt nicht rumlooben. Oh, die doch kommen. Ja. Halt auf Sicherheit. Ich wasche rein. Ja, ja. Ups. Ach, laden. Ach, laden. Ach, laden. Oh. Auch nach raus. Ich kann das nicht. Okay. Oh, ich hab jetzt gerade erster. Hör. Hör. Betonung auf wahr. Da will jemand den Supersmith was meinen. Aber dann geht mir. Ups. Oh, nein. Oh, nein. Wenn der andere Sniper kommt. Der hätte ich jetzt... ...dass ich gekriegt. Das mache ich sogar. Oh, nein. was anscheinend gibt items mit musik